Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Baby. Wir sind auf Folge 182 und wir müssen immer noch Erdseelen töten und die Erdseelen fangen. Hier sind quasi Soul Reavers. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ein komischen Vampir. Die Erdseelen gefangen hat er damals für Playstation 1 glaube ich. Schon, äh, ganz. So. Sind wir da? Ne, das ist falsch. Müssen wir später in der Folgequeste irgendwann töten. Das ist ein Elementar. Auch noch zwei Erdselementare. Ich dachte mir sowas. Tja, was wollte ich dazu sagen? Glückwunsch. Ich weiß nicht. 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 Vielleicht nicht so viel Zeit zum Spielen, na gut, brauchen noch ein R-Dekumentar, da. Sehr gut, dann machen wir bald alles. Vielleicht müssen wir den Teufelmilz machen. Aber ich finde, wir kommen eigentlich ganz gut hier weg, dank dem Jäger. Damals musste ich nach jedem Gegner unbedingt was essen oder trinken. Und die zweiten Elementar-Dinger, die haben mich ganz schön fertig gemacht. Diese Mini, was da rauskam. Das war hier mit unserem Hunter, ne? Dann steckt das einfach so weg. Das ist halt der Vorteil, wenn man halt immer einen Tank dabei hat. Ich glaube, das ist keine Larve, das hätten wir bestimmt schon ein paar Mal die Füße verbrannt. 5 Wassersälen einzufangen. Ja, machen wir alles. Und jetzt, hier, Teufelsweimels. Praktisch daran ist, wir kriegen dann auch wieder Leder. Von denen. Sind wir da nie sicher. Von denen. Das ist, wir müssen die! Erst durch die Tieren, die laufen nicht weg. Oder wir müssen die eBay töten. Ich muss gerade gucken Teufels Wer heißt die denn? Deliziös Ich weiß Ah Ach, da kommen wir direkt mit ansammeln Das ist ja praktisch hier Alles beisammen Ah, da steht nicht welches Tier, oder? Gibt es Kreaturen in den glühenden Netzen? Teufelsfeuer, Methadon, Dön, die komischen Dinosaurier Kriegen wir hin Kriegen wir alles hin Ach, das ist ja Ach, das ist ja Das sieht cool aus Ne? Dieses Leuchten Und so Ich finde dieses Spiel war eh immer recht weit dafür dass es recht alt in Anführungszeichen ist Das sieht man ja mittlerweile, ne? Immer noch sehr gut aus Auch nach etwas Überarbeitung, aber immer noch Bombe So Jetzt gehen wir am besten den gleichen Weg zurück Ach Ach, und das ist genau so ein Wildtier Das heißt, ich kann alles mögliche gillen Da Hauptsache ist ein Tier Ach, da war sogar eine Milz drin Wie praktisch Ach, da war sogar eine Milz drin Sehr gut Sehr gut Die gehen ja recht gut, ne? Ein bisschen heilen Alles easy Bis jetzt trocknen die ja ganz gut, glaube ich Das doof ist, man kann jetzt nicht gucken Weil ich die alle schon weggelitert hab Na, zum Glück haben wir welche dabei Das sind Dimmels So sehen auch die neuen Das neue Essen aus in WOTLK Teilweise hier dieses komische vielleicht Am besten, wenn ihr Jäger seid, immer das Pad voll auflassen Weil die stürmen an Das ist uncool Wenn die anstürmen Das ist uncool, wenn die anstürmen So viele Müssen wir ausstürmen Das geht so nicht Das ist das, was ich meinte Population hier ausstürmen Das geht nicht Das ist Viel zu viel Viel zu viel Dann haben wir auch wieder unsere Milz Und da brennen Asche Und da brennen Asche Sehr schön, sehr schön, alles beisammen hier Ich habe schon ein reger Verkehr hier am Morgen Eine Gilde Ja, was will man mehr Das ist das Ständig aufploppen von Akku Ständig aufploppen von Akku Ständig aufploppen von Akku So hier Aufpassen Abtreten, ah ok Gut Wir haben 5 getötet Und 4 Milz Passt 6 Hiltiere haben wir schon So Guter Schnitt Guter Schnitt Warum ich manchmal das Target verliere Das weiß ich auch nicht Schon öfters aufgefüllt Der Motz nimmt mir irgendwann rum hier Auch kein Ziel, bla 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 Ok, die Asche haben wir fertig Sehr gut Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Wenn es wieder heißt, let's play WoW Lass deinen Daumen nach oben da Wenn es euch gefallen hat und ein Abo da Wenn ihr noch nicht habt, dann würde ich sagen Auf Wiedergesehen